Nach rund drei Stunden ist der heutige Prozesstag im Verfahren gegen Ali Bashar und Mansour Kuh zu Ende gegangen. Die beiden sollen eine Elfjährige vergewaltigt haben. Wie schon am Anfang zu erwarten war, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das bedeutet, noch bevor die Anklage verlesen wurde, mussten Presse und Besucher den Gerichtssaal verlassen. Die beiden haben sich gar nicht, beziehungsweise nur teilweise geäußert. Ali Bashar hat noch Angaben zu seiner Person gemacht. Mansour Kuh hat allerdings komplett geschwiegen. Ein großes Rätsel jetzt ist das Alter von Mansour Kuh, denn sein Verteidiger behauptet, dass Mansour Kuh zur Tatzeit erst 13 Jahre alt gewesen sei. Sollte das tatsächlich stimmen und Mansour Kuh zum Tatzeitpunkt 13 Jahre alt gewesen sein, dann wäre er zu diesem Zeitpunkt strafunmündig gewesen. Das heißt, er würde nicht bestraft werden. Der Prozess wird im April fortgesetzt. Es ist ein Kind und sie ist schwerst traumatisiert. Sie wird gar nicht in der Lage sein auszusagen vermutlich. Sie ist in Behandlung, aber wie lange so ein Trauma dauert und bis das aufgearbeitet wird, kann sicherlich eine Zeit lang dauern. Und der Prozess, das aktuelle, trägt sicherlich auch nicht dazu bei, dass sie da jetzt Ruhe findet. Man hatte keinerlei konkrete Anhaltspunkte. Es stand im Raum, dass ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt worden sein soll. Vergewaltigung ist ein sehr großer Begriff. Ich muss einem Täter immer eine konkrete Tat vorwürfen können. Das war nicht der Fall bis zum 30.06.01.07. Erst dann war die Elfjährige in der Lage und willens überhaupt mal eine Aussage zu machen, dass man konkrete Sachverhalte hatte. Es wird dem Ali Bashar vorgeworfen am 27. April, die Elfjährige Geschädigte unter einem Vorwand in sein Zimmer im Asylantenheim gelockt zu haben, dort die Tür verschlossen zu haben. Dann soll er das Mädchen angefasst und schließlich gegen ihren Willen penetriert haben. Es wird ihm weiter vorgeworfen, gemeinsam mit dem Mitangeklagten Ende Mai, die Elfjährige auf einem Gelände eines Supermarktes quasi abgefangen zu haben. Das Mädchen ist geflüchtet. Sie wurde eingeholt, sie wurde bedrängt und dann von beiden abwechselnd vergewaltigt. Und dem 14-Jährigen wird schließlich noch vorgeworfen, gemeinsam mit dem strafunmündigen Bruder des angeklagten Ali Bashar mit der Geschädigten in ein Waldstück gefahren zu sein und dort gemeinschaftlich ebenfalls vergewaltigt zu haben, indem jeweils der eine das Mädchen festgehalten haben soll und der andere Geschlechtsverkehr mit ihr vollzogen haben soll.